Töller Start! Hallo, ich muss jetzt diesem Hund, der Bär, ihr hört, wo sich das Tickchen werfen. Ihr werft doch. Seht ihr das? Wenn dieses Tickchen das werfen, das hört sich. Meine Anmerkung, den Hund habt ihr bis jetzt noch nicht gesehen, das ist Chico. Sim, das ist Chico. Mein zweiter Hund. Meiner. 3 bei meiner das ist mein Nachtmacht wenn wir wieder auf dem Urlaub zurück wir waren im Urlaub und haben nicht so weit die Videos gemacht haben wir verpeilt, also war irgendwie so zugechillt nur weil sie keinen Bock hatte aber du, du gehörst auf zu dieser Seite, du blöde du, du gehörst ich hab Angst vor ihr, wenn sie eine stockende Hand hat nee ähm, wir machen heute einen Hindernisparcours mit Mini und ich dann komm danach mit äh mit Chaco Du weißt nur nicht, was die Namen von Hunden sind die so ja, sie ebenso für meinen Hund äh Mini äh äh Chaco Oh Chaco mein Hund ist voll scrapet прод.'l HH ich sag dir doch, ich hab Angst vor ihr, wenn sie ё' einen Stock in der Hand hat Mini hier in den Nürnberg zu sagen aber jetzt nur ganz ehrlich ist es noch deutlich ab und hier da ist noch das macht ex-maßnahmen schweißen exkült ja auch noch genug war einfach so durch ja die Städte wurde hier ein Ortsteil ist und die Vorhaben haben reagiert auf jeden Fall Wir gehen uns aber jetzt unsere Sachen an und dann geht's gleich weiter. Okay, ganz kurz wieder. Die hat mich gerade weiter mit einem Stock aufgeworfen. Dieser Stock, die wird... Ich hab's auch so gemacht, Mann. Ich dachte, es ist so... Oh, Mann! Was geht jetzt so auf damit? Okay, wir sind dann gleich wieder hier, genau da, wenn wir unsere Sachen haben. Warte, weiter geht's. Wir haben hier jetzt zum Bombenloch. In der Schausch, wo wir im Grunde waren. Ja, das ist so. Also, wie gesagt, wenn Bombenloch und wir haben uns gerade so an, wenn wir gut sind. Also, Mentor, im Moment haben Mentor. Hat aber jetzt zweimal geklappt. Da haben wir jetzt! Gehen wir? Wir müssen gar nicht sagen. Wir müssen gar nicht sagen. dann muss er weiter ich frage mich noch mal warum ich einen Film weil die Böder von Flammen schon bin ich bin ich gern im Internet also geht und und 4 5 alle meine Stimme ja und ich frag mich haben wir eigentlich schon einen Abonnenten sie Kolbosch ich ja nicht ich bin ja nicht auf einer Seite drauf so war mit 6 19 fahrt von mir um mit ihren Lern eine Notwendung bei Mami und die Rechnung da hat man auch gemeint mehr 1 Valky Kuba das war schwer und heute mal ein bisschen durch den Wald rum feiner an was wir machen sollen wie lange das Video 15 Minuten Prozent ab 15 Minuten ich natürlich mit dem Land und dann denke ich eher hier ich liebe Fugel getötet bei mir nicht Klappmann Klappmann wir haben müssen durch den Waldgrund und dann noch ab in Deutschland mit dem Bruder der Hauptmanns und komische Schuhe ja ich habe einen schönen Weg schon mal war auch wir müssen ja nicht immer da geht nicht weiter Irgendwann habe ich dich umgebrochen. Du musst vor mir gehen, ich muss noch irgendwas auflesen. Sie schlägt mich mit ihr alleine. Ich bin doch ganz zärt. Mini ist da hinten. Mini. Also eine Pfeuze ist da hinten. Mini. Guck mal, benutzt das hier, warte. Mini. 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 Weil ich kann doch mal nicht viel anrichten. Das ist meine Brotdose. Und da ist kein Essen drin. Sondern leckerlich. Stopp, das ist ihr Essen. Sie isst das gerne. Sie liebt das Essen. Ja, ich mag... Und du, du isst es jeden Tag. Günstlich. Eine ganze Dose, ein ganzer Kilo. Du bist 10 Kilo, du. Im Monat. Nein, ich will aber nicht auf ein Video drauf sein. Oh Mann. Ja, du bist leidend mit Inhaberin. Das muss doch ein Video sein. Ich zeig dich an. Sag es nochmal. Sag es in die Kamera. Sag es in die Kamera. Sag es, komm. Sag gar nichts. Sing uns schon sagen. Sing uns schon sagen. Sing uns schon sagen. Also, ihr kennt ja alle. Ted. Big dich. Donner. Bla bla bla. Und wenn ihr wollt. Schaltet es Donner für. Ja, genau. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr so ein Video machen und uns das schicken. Und dann verarbeiten wir es als Ted. Fick dich, sagen. Und dann könnt ihr uns das schicken. Dann arbeiten wir das irgendwie zusammen. Und ja. Viel Spaß irgendwie so. Oh ja. Nach deinem Gamerbody und sing ganz ungehämmten. Wuhuhuhu. Big dich, Donner, läd mich doch am Sack. Ja. Okay, das hört sich jetzt ein bisschen schräg an. Mein Tipp hier. Hier, du darfst wieder filmen. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, ich hab wieder Filme. Ja, sie darf wieder filmen. Ja, sie darf wieder filmen. Wuhuuhu. Mann, du bist doch so. Alter. Ich hab dir schon mal wegen dem Idioten angebrochen. Ich brauch das nicht nochmal. Warum? Hä? Weil ich keinen Bock hab. Oh. Sind ja alle traurig. Wenn ihr traurig seid, macht ihr nicht. Geh vorne, ich will dich hin. Mach einen Smiley nach unten, wenn ihr traurig seid. Und eine Dosen Mitleid für Vanessa. Hopp. Wir gehen nach oben. Mini. Ich verabscheue sie nur. Wappala. So ein Stück vor meiner Nase. Meine Güte, hör auf. Ich hol dir die Leine ab. Ich hol. Du. Jetzt komm, ey. Wir haben's kapiert. Wir haben's kapiert. Mann, ey. Du fliehst halt mal auf die Fresse. Klapp mal, du fliehst mit mir. Blub, 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 blub. Okay, lass es jetzt. Man nimmt meine Leine. Fragen, wenn ich das auch nicht aufhört. Nein, nein, nein. Okay, ich würde in die Tasche machen. Mal gucken. Okay. Kann ich eigentlich auch. Samoa! Das Kind verarscht mich. Juhu! Hör auf jetzt! Habt ihr eigentlich schon Mini's mit Halsband gesehen? Äh, du meinst Gethier. Gethier, Gethier, Halsband, Gethier. Ist doch schlecht. Hör auf jetzt, bitte. Guck mal her, das ist Chekos Halsband. Das ist rot. Und Mini? Mini, ich will dich filmen. Hallo. Du kommst groß aus. Und das ist ihr. Das ist ein Lila. Ja, das hab ich. Das hat mein Sponsor namens Bruder. Mein Sponsor namens Bruder. Ey, wat für ne Logik. Hat mein Bruder dich ganz doll liebhaft. Hat mir dich gekauft. Für mein Holik. Oh, ich vermiss meinen Bruder. Ich auch. Aber der hat ein saukolles Atem. Früher waren wir Kopf und Arsch. Jetzt sind wir gar nichts. Früher waren wir kein Kopf und Arsch. Äh, Mini? Äh, wir machen kurz Pause, weil da hinten kommen Leute. Und ja, bis gleich. Okay. Ich rate dir das nicht im Internet zu sagen, weil sonst irgendwas... Bla, bla, bla. Das hast du gerade, bevor ich... Achso, ja, ja, schon klar. Ich muss noch drei Jahre warten, dann bin ich erst 16. Deswegen durfte ich nicht in den Film Zett. Ich bin 13. Und sie ist 16? Ja, mit der. Ich bin Urlaupe 13. Und die da ist mit meinen Freunden, die ist mit meiner Cousine. Das ist so eine kleine Schwester. Räum weiter, mit dir will ich nicht zusammen. Ah! Oh, leck, ey! Hör auf mit dem Mist! Hör die Leine! Hör auf mit dem Mist! Wenn mich jemand hört, adoptiert mich oder helft mir! Nee, das meintest du nicht! Ich will aber nicht mit dir verbunden sein. Das ist... Einfach nur schrecklich! Jetzt hör auf! Sorry für die Wackeleien, aber Vanessa hat was. Joa, sie zieht mich hier rum! Nein, Vanessa kann einfach nur nicht gehen, die Streubandige. Genau! Du wirst schon wie... Ah, Mann! Hör auf jetzt! Ich tippe mir gleich die Hose voll lachen, ey! Also! Ich war gleich an zum Bein voll lachen! Oh, witz gemacht, tot gelacht! Witz gemacht, tot gelacht! Wow, du filmst einen leeren Weg! Nein, ich filme die Hunde, wenn sie mal drauf passen würden! Also, wir wären hier ganz einfach mal gerade so durch den Weinen... Das darfst du auch nicht alleine auf den Arsch zu kloppen! Ich glaube, das geht! Weil die Leine pendelt so und dann jubelt... Joa, klar, Alter! Nee, das macht... Du bist auch so matsch! Nee, das ist reing... Du bist auch matsch! Hör auf jetzt! Du schießt immer zusammen! Ich finde das so richtig, komm jetzt! Film meinen Hund oder deinen Hund! Wir haben schon elf Minuten voll! Was sollen wir machen? Ich habe null Ahnung, was wir meistens machen sollen! Ja, Pei, auf jeden Fall machen wir jetzt mal Tschüss! Und das nächste Video folgt gleich! Also, Tschüss! Bye!